Wollen wir noch mal? In der IT passiert so viel in kurzer Zeit. Abwechslungsreich. Man wird involvieren. Seine Ideen mitzugeben, zu entscheiden. Kein Tag wie der andere. Ich habe mit meinem Team sehr viel bewirken. Aktiv mitgestalten, wie das Endprodukt heraus sieht. Wir haben einen unkomplizierten Umgang miteinander. Angenehmes Arbeitsklima. Was weiter hochgeht bis zu den Chefen und auch mein GL-Mitglied ist sehr zuvorkommend und schätzt unsere Arbeit. Eine gute, einfachere Basis überhaupt zu kommunizieren. Und das macht eben Motivation aus, dass man mitentscheiden kann. Und von dem her, bei uns wird es nie lange werden.